Moin Leute und willkommen zurück zum MG Simulator in State of Decay 2 mit Schnorre Hallo Ach der ist ja leer hier, dann nehm ich doch den Ja ich doch gesagt, den muss ich tanken Steig ein buddy Oh das war auch noch ne Horde Und ein Freak war auch noch da Super Freak Was ist denn das für eine Figur? Holzfäller Joe Ja deine Karol schneller ja Ja die ist ja auch kleiner Gibt's hier noch schickes Looten? Ne? Gibt's hier noch schickes Looten? Ne? Gibt's hier noch schickes Looten Das baut ja nicht nach, ne? Hehe Hehe Was noch wie er da einfach so richtig schön rein Einfach rein Nein, hätte ich da noch rechts rum müssen? Wir hätten da rechts rum müssen. Hast du dir gedacht, dass wir noch mal an den Anstubst haben? Das sah eben geil aus mit der Autotür. Achso, wenn jetzt hier ein Chrysha und so ist, wäre doof, wenn wir diese Räder anhaben, oder? Jetzt kommt ein Chrysha. Da waren nur drei Chrysha. Ach, war das wieder ein Spaß. Ja, ja. Aber ich klicke ja dann schon auf die Presse. Wo ist denn der Begleiter? Kopfgeld abgeschlossen, nice! Welches Kopfgeld? Mit dem... Mit dem Chrysha? Ja. Ach, für zuhauen braucht man auch Ausdauer. Ja klar. Cool. Oh, I need a breather! So, alles kaputt? Harley ist kaputt. Zwei Container habe ich immerhin. All that worked for this? Schrauben! Wer sie brauchen schraubt! Nahkampfhafen, toll! Oh! Benzinkanister, nice! Benzinkanister, nice! Du auch? Ja! Das hat sich ja gelohnt! Hier pange ich mal hinten rein, die Staken, ja. Nice! So. Mehr zum Looten ist hier nicht, ne? Ach so, da können wir die Straße ja weiter runterfahren, da sind ja noch mehr. Genau. Oh, da kommt ne Horde, glaube ich, ne? Ne Horde, nicht direkt. Doch, war ne Horde auf meiner Minimip. Finde nicht. Mehr Aquitik! Der Ranger ist hinter dir. Ach, Schloch. Wieso ich? Na, weil du mich gerade schiebst. Alter, nein! Was machst du? Wieso ich, du? Wieso ich? Oh, na toll. Jetzt liegen wir beide auf der Seite. Ich kann ihn nicht mehr umdrehen, oder wat? Nee, du kannst nur in Kofferraum bringen. Oh, der ist jetzt wirklich, glaube ich, hier in grad in so einer Ecke, wo ich den nicht mehr umdrehen kann. Ja, den kannst du ja auch nicht umdrehen. Ne, normalerweise kannst du es aber. Es ist rotes E. Ja, ja, bei mir auch. Ja, warte, hier hatte ich... Anni, das ist Kofferraum gewesen. Na toll. Nur vorne geht das hier. Dann drehen doch. Ne, ist ja rot. Ach so. Klasse, ey. Na toll, ey. Am Arsch in der Welt. Du bist zu mir rübergekommen. Hallo. Ich war ja ganz links auf der Bahn. Du wolltest überholen. Das wollte ich verhindern. Hä? Ja. Und dann hast du dich gedreht. Ja. Und statt dann zu bremsen... Hallo, ich konnte ja gar nichts mehr bremsen. Du hast mich immer weiter steck geschoben. Hä? Du bist doch neben mir gewesen. Ich war doch der erste, der flogen ist. Ne, ich bei mir. Hä? Ich war doch auf der linken Seite. Ich war die ganze Zeit, als du mich berührt hast, war ich quer vor dir. Hä? Ey, wir... Ich war links. Wir haben uns nach rechts gedreht. Guck mein Video. Guck mein Video. Guck mein Video. Ja, guck meins. Nö. Dann hast du ja Klicks. Den mach ich nicht. Dann hast du ja Klicks. Hehehe. Scheiße, Mann. Aaaaah. So, haben wir hier irgendwo ein Fahrzeug in der Nähe? Äh, wir können ja da erstmal hinrennen. Da unten. Da unten. Da unten ist eh ins Lech. Äh, lass doch hier einmal kurz noch gegen fahren. Womit denn? Ja, mit dem Auto, was du da kriegst. Was du nicht sagst, da unten ist, heißt? Ja und, deswegen renne ich doch trotzdem zum Auto erstmal. Naja, und mit dem Auto können wir doch gegen die anderen mal gegenfahren, dass die da vielleicht so gelöst werden, dass wir sie wieder raus bekommen. Dann sag doch nicht, dann lass uns erstmal dagegen hauen. Gegenfahren, habe ich gesagt. Hau bloß ab, dich mag ich nicht mehr. Nö, ich dich auch nicht. Du machst mir meinen Krankenwagen kaputt, weißt du? So, ich bleib jetzt mit dem Kumpel hier erstmal stehen. Der kommt mit. Der beamt gleich wieder zu mir. Wann so. Oh, bei dem kann man sogar einen 10 Pfund Rucksack kaufen. Hat er mehr als... Oh, das ist ein Koloss. Eieiei, schnell weg. Und hat er noch einen tragbaren Anlagen-Mod. Solange wir Benzin haben, haben wir Strom. Installiere diesen Mod und füge Benzin zu, um eine einzelne Anlage mit Strom zu versorgen. Und ein Fahrzeug-Reparatur-Kit hat er auch noch. Molotovs hat er auch dabei. Wie weit ist ein Hof immer weg? Das Gute ist ja, dass ich jetzt auch so gut wie schlafen gehen muss. Was? Vor allen Dingen das Geile ist, dein Dude, der sprintet durchgehend hinterher. Und wird von den Zombies verfolgt. Heißt, der bringt die alle gleich mit. Und wird durchgehend immer angegriffen von denen. Heißt... Heißt... Hä? Es war klar, dass er gleich wieder losfährt. Hey, bist da drin ja? Ja, aber du bist schon relativ früh losgefahren. Oh oh. Oh nee. Der steckt doch noch richtig fest. Schau das verdammte Ding aus! Und der könnte... Probier mal, ob's jetzt geht. Dann bin ich mal kurz raus. Jetzt hänge ich hier an den Holzdingern fest. Oh, meiner steht wieder. Yay! Den kann ich noch nicht umdrehen. Der müsste von der Seite hier wahrscheinlich nochmal. Ich probier mal. Den kann man fahren, auf jeden Fall. Nice. Okay. Du meinst von der anderen Seite anfahren? Der fährt kommen. Ja, da vielleicht von hier vorne nochmal. Und dann von da... Da mach du mal von vorne. Weil du kannst hin. Dann mach ich hier von der Seite. Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob der das so sinnvoll ist, mit dem Krankenwagen dagegen zu fahren. Weil der so kaputt ist. Ah, guck mal. Oh, da kommt. Du kriegst Besuch. Voll den Meiner sieht aus wie neu. Sieht der Ranger bei dir auch so heiler aus? Guck dir das mal an, ey. Der Ranger und dann Deiner, weißt du? So, kommen wir dann jetzt zur Mission. Genau, beim Koloss schön die Mucke an. Bad Koloss? Ja, rechts. Ups. So, hier reicht's jetzt. Da hängt was bei mir an der Scheibe. Maybe I should think twice about asking you for help again. They really could have used our help, you know. Komm gleich raus, brauchst nicht hinlaufen. Komm gleich raus. Komm gleich raus. Mal und mal, mal 1944... Der steht da oben in der Ecke. So Wir sollen nur noch vier. Soccer sind beide down. EZ PE SIE Ich glaube da drin guckt schon einer. Hier kommt inna um inne Ecke. 2 müssen noch drinnen und jeder kommt hier noch über das schwankt aber nicht dazu zwischen fünf und vier ja weil die jetzt dazu kommen erhöht sich die anzahl weil durch das schießen kommen jetzt hier die ganze zeit noch mehr dazu eigentlich waren es mal nur zwei drinnen ich habe nichts gefunden ich habe drei container und ein paar schrauben das ist ja schön was machst du gerade oder wirst du abgestürzt spezialisieren ich habe hier zwölf gramm patronen und da wirklich kram 12g patronen bis jetzt habe ich nur schrauben schrauben habe ich auch ganz viele und in ressourcenrucksack sehr schön macht die tüge zu mann 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 ehrlich dass sie von draußen reinkommen klar das ist doch gefährlich sowas also wenn jetzt ein koloss auf jeden fall noch mal kommt oder so da habe ich nicht genug money für meine ausdauer ist auch richtig am arsch ich habe auch nichts zum ausdauersuppen du warst jetzt schon durch ja ich bin durch ich habe fix ja 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 Oh That's it for my ammo I have only a pistol I don't have any protection This thing is fucking heavy This load is going to wear me out Sooo Well better than nothing Na ja gleich gegenüber aber gut Wir fahren trotzdem hin Falls wir abhauen müssen oder so Würde ich sagen Wir fahren trotzdem hin falls wir abhauen müssen oder so Na ja falls wir schnell fliehen müssen Mit dem Auto weg wenn da so ein Hulk kommt Ach so meinst du das Toll hier komme ich nicht rüber Oh Oh Upsi Aua Ja und dann nochmal weißt du Aber das Rufment ist ja so ein bisschen komisch manchmal Au Oh nein er hat mich er hat mich Du musst die Tür nehmen Die du nicht hast Ja Das ist alles für meine Ammo Das ist alles für meine Ammo Noch mehr davon Noch mehr davon Gefreit Gefreit Hä das war schon offen Hä Na wir waren doch hier auch schon mal Das war doch Potentieller Material ausgerissen Glaub ich Ja ich glaube auch Ja ich glaube auch aber War das nicht Ah ne das war glaube ich Weil die Scheiben Mit die hast du ja gerade kaputt gefahren Einen solchen Herz? War hier nicht immer eins? Oder war halt ein anderes Gebäude? Kann sein ja Ja Also hier rechts sind auch nochmal zwei gelbe Sachen Bisher überhaupt nichts Tolles muss man sagen Wird gar nichts irgendwie Also jetzt mit den Infektionsherren Die waren bis jetzt Alle sehr enttäuschend So bei demnächst müssen wir aufpassen Da hast du eine Herde Erstmal ein Folgenpäuschen Na ne War das nur vier Stück Können aber auch erst ein Folgenpäuschen machen wenn du willst So So Ich loot noch schnell das hier durch Mach das mal Ach du ich will nicht mit dir quasseln Zack So hast du alles? Perfekt Dann Spitze Bedanke mich Bis zum nächsten Mal Tschüss